Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Spotify Premium eigentlich sofort kündigen kann und das egal ob am PC oder auch am Handy. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich gehe einmal in einen beliebigen Browser wie bei mir zum Beispiel Google Chrome und gebe hier oben in die Adresszeile einmal www.spotify.com ein. Dann komme ich nämlich auch schon zur entsprechenden Seite, wo ich jetzt anschließend auch hier oben rechts einmal auf Profil gehen kann und anschließend auf Konto klicke. Die zweite Variante funktioniert jetzt nämlich eigentlich relativ ähnlich und zwar muss ich hierfür einfach mal in die entsprechende Spotify App gehen, natürlich auch wieder eingeloggt sein. Hier oben rechts einmal auf den entsprechenden Button draufklicken und dann sehen wir auch schon den Reiter Konto. Wenn ich hier draufgehe, dann komme ich ebenfalls wieder auf die Internetseite spotify.com zu meinen Kontoeinstellungen. Danach können wir auf der linken Seite verschiedene Menüpunkte sehen und da muss ich jetzt einfach mal auf verfügbare Abos draufklicken. Anschließend haben wir die Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel auch noch ein anderes Abo verwenden könnte. In meinem Fall passt das aber soweit und wenn ich etwas nach unten scrolle, sehen wir auch schon Spotify Premium kündigen. Wenn ich hier draufklicke, dann werde ich nochmal gefragt, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich es machen soll und wenn ich jetzt auf Ja, ich möchte kündigen klicke, dann wird das Ganze natürlich auch schon durchgeführt und wir können auch noch sehen, bis wann mein Abo jetzt noch gültig ist. Noch als kleiner Hinweis, falls du dich für die drei kostenlosen Monate Spotify Premium entschieden hast, kannst du gleich darauf kündigen und dann aber auch noch die restlichen drei Monate Spotify Premium auf jeden Fall nutzen. Danach wird das Ganze automatisch wieder auf die kostenlose Version heruntergesetzt und somit haben wir dann nämlich auch schon Spotify Premium richtig gekündigt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.